Gute ihr lieben MakerLine, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir heute. Einige von euch haben schon über unseren Discord-Channel gefragt, ob und wann wir denn ein Video zur Prusa MMU2 machen und veröffentlichen. Wir sind gerade dabei, das Video zu drehen und mussten den Dreh leider unterbrechen, da uns für den Filamentsensor der MMU ein Signalkabel gefehlt hat. Wir haben dann versucht, den Sensor auszuschalten, was nicht funktioniert hat. Wir haben versucht, ein eigenes Kabel zu crimpen, was auch nicht funktioniert hat, da wir weder die richtigen Stecker noch die richtigen Pins da hatten. Und letzten Endes haben wir den Support von Duce angeschrieben und die darum gebeten, dass wir uns so schnell wie möglich ein neues Kabel zuschicken können, dass wir das Video weiterdrehen können. Das Kabel ist heute angekommen und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und drücken uns direkt den Kabeladapter aus und bauen es ein und drehen das Video weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Happy Printing! Kabeladapter Kabeladapter Kabelad월 Kabeladapter Kabeladapter Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.